Die Feuerwehr Weiblingen wurde heute um 2.51 Uhr zu einem Gebäudebrand im Gewerbegebiet Eisenthal alarmiert. Es kam dort zu einem Brand bei einem Abfallentsorgungsunternehmen in einer Halle mit Außenbereich und auch betroffener Innenbereich. Wir sind im Moment jetzt mit 140 Einsatzkräften im Einsatz. Hier befinden sich die Feuerwehr Weiblingen, die Feuerwehr Weinstadt, die Feuerwehr Fellbach und die Feuerwehr Backnang zur Unterstützung. Im Moment ist die Lage stabil. Das heißt, die Flammen sind soweit im Griff. Das Feuer ist allerdings noch nicht ganz unter Kontrolle. Im Moment beginnen wir jetzt etwas näher ans Brandgut ranzugehen. Wir versuchen jetzt dort auch mit Unterstützung des Unternehmens über einen Bagger sozusagen das Brandgut etwas auseinander zu bekommen, um dann wirksame Löschmaßnahmen einzuleiten. Bei der Feuerwehr Weiblingen gab es einen Verletzten durch Erschöpfungszustand. Die ist aber im Moment wieder stabil. Der Hauptschwerpunkt war, in der Halle selber gibt es eine Brandwand. Diese galt es zu halten. Die wurde auch gehalten. Die bleibt bestehen. Und es galt dann noch, die Nachbargebäude zu schützen. Da waren diverse Tanks auf dem Nachbargelände, die ebenfalls geschützt wurden. Auch ein Wohngebäude, das angrenzend ist, wurde in der Zwischenzeit geräumt. Besteht also keine Gefahr. Im Moment liegen uns jetzt keine größeren Erkenntnisse vor. Wir sind im Moment jetzt noch in Kontakt mit dem Unternehmen. Gut, also Anfahrt war natürlich sofort erkennbar. Bei uns nennt man das Anfahrt auf Sicht. Schwarze Rauchfolge erkennbar. Da kommen einem dann natürlich diese Erinnerungen hoch. Aber man arbeitet das ganz klassisch an. Ja, das wird jetzt sicherlich ein etwas längerwürgerer Einsatz. Also das Ganze ist jetzt aber sehr stabil, statisch. Das heißt, die Gefahren sind relativ gering. Das Einzige, was wir im Augenschein haben müssen, ist diese Metallkonstruktion dieser Halle. Die eventuell sozusagen so stark angeschlagen ist, dass er vielleicht noch einstürzen könnte. Dafür wurde jetzt ein Statiker herbeigezogen, der das jetzt nochmal fachlich beurteilt, um dann festlegen zu können, wie die weitere Vorgehensweise sein wird. Das ist ein Statiker, der das jetzt noch einstürzen könnte. Das ist ein Statiker, der das jetzt noch einstürzen könnte. Das ist ein Statiker, der das jetzt noch einstürzen könnte. Das ist ein Statiker, der das jetzt noch einstürzen könnte. Das ist ein Statiker, der das jetzt noch einstürzen könnte. Das ist ein Statiker, der das jetzt noch einstürzen könnte. Das ist eine große Herausforderung. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.